Jetzt wird es heiß hier bei uns auf der Funkausstellung, denn wir erwarten eine absolute englische, na man kann schon sagen, super Gruppe, auf die ich mich ganz besonders freue. Depeche Mode und der erste Titel heißt Everything Counts, alles zählt. Das ist alles zählt. Das ist alles zählt. Das ist alles zählt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 In dieser Woche ist sie erschienen This week Bleibt ihr eurer musikalischen Linie denn treu? Have you changed your musical style? Es ist ein bisschen härter geworden, der Sound, und ein bisschen voller. Mehr Instrumente? Ja, viele verschiedene Instrumente, ja. Also es sind ein paar Instrumente dazugekommen. Und wann können wir euch mal wieder live in Deutschland erleben? Und wann haben wir die Chance, dich live in Deutschland zu sehen? Wir kommen hier im Dezember, und wir spielen drei Wochen in Deutschland. Sie kommen also, Depeche Mode, im Dezember, und spielen dann drei Wochen. Three weeks. Ja, starting on the 8th, I think. Am 8. Dezember startet eure Tournee. Wir hören noch einen Titel aus der neuen LP, Love in Itself. Depeche Mode. Dezember be Fuck aus. DEPR darle auf Wанием. Du bist ein Teil des Dugnauses. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020